Ja, hallo lieben Leute, es geht weiter mit Aliens Ruhrs Predator. Ja, diese Gegend scheint schon mal sehr angsteinfischend auszusehen, aber das stoppt uns nicht. Wir werden immer weiter vorziehen. Und ja, das scheint eine Höhle zu sein und hier befindet sich noch ein Audio-Tagebuch. Wow. Ja, ein Scharfstützengewehr, das könnten wir gebrauchen. Jetzt abwechseln wir das für das Sturmgewehr. Okay, da bewegt sich jetzt was. Wow. Ah. Daum. Haha. Alter, wo bin ich denn gelandet? Ja, geschafft. So. Da unten. ja so erst mal heilen haha da oben, komm ja nicht richtig, bleib still, haa, abzug wo äh, die Karten scheinen sehr detailreich gestaltet zu sein, sieht schon mal sehr geil aus, also die Atmosphäre sehr düster, auch vor allem, muss hier hoch, nein, ne, ne, ah, das ist der richtige Weg ähm, kann ich hier hoch, nein, also müssen wir nach unten, womöglich, und, nein, ey, was war das jetzt für ne Aktion, ey, wie lächerlich, ja, tut mir leid, jetzt muss ich das wieder alles wiederholen, aber naja ok ja 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 weiter nach oben ah, da liegt doch ein Audiotagebuch, scheinbar aber sehr lukrativ, dass ich gestorben bin, sonst hätte ich es auf jeden Fall übersehen weiter geht's weiter geht's bäms hier ist noch eins wo steckst du mein Freund, wo boah haha so geht's wohl weiter ähm ich möchte mal etwas erwähnen, also ich krieg momentan viele Nachrichten von ja, von vielen Leuten, die ehrlich gesagt Let's Play Together mit mir und mit einem anderen Let's Player sehen möchten daher krieg ich auch insbesondere Nachrichten von anderen Let's Player ähm, die Nachrichten bekommen haben von anderen Leuten, also von von meinen Abonnenten sozusagen die ehrlich gesagt ein Let's Play mit mir und mit den Let's Player den Namen werde ich natürlich nicht nennen sehen möchten ja, ich weiß nicht, wie es sich ergeben wird mal schauen ähm ja, ich überlege mir schon Let's Play Together irgendwann mal zu machen aber das wird sich zeigen mehr kann ich dazu nicht sagen wow haha Spam's Fuck so geil ey Showfinders sowieso die geilste Waffe So, es wurde gehackt Was bedeutet, dass die Tür jetzt aufgeht Oh nein, weitere Droiden Das ist ein Tank Und Ab geht die Post Alter, die sind ja echt widerstandsfähig Und das ist ja auch noch stark Boah, halt gesessen So Na, ich schaue mir mal in die Gegend um Vielleicht finde ich noch ein Audio-Tagebuch Nein Boah, das war knappe Boah, ha 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 Boah, ha 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 La, ha 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 Mir geflogen ist ja Obwohl es ist ein S Ein Droide. Bämst. Ja. Achso. Klettern. Eine Frau. Oh, ein MG. Fette Sache. Ähm. Ja, das hat so eine Art Suchfunktion, also das visiert die Gegner an, also die Aliens, automatisch. Und man muss halt nur noch den Schuss, dass sie gedrückt halten. Nein, 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 nein. Ja. Wow, wow, ich muss noch mal gefahren. So. Boah. Ja, scheinbar werden da noch viele kommen. Glaube ich zumindest. Ähm. Ja. Ey. Schieß doch nicht mich an, ey. Sieht so aus wie ein Alien. Wow. What the fuck? Noch mehr. Ja. Nice. Es wird gespeichert, Kontrollpunkt. Ähm. Ähm. Was ist das überhaupt für eine Gegend? So ein Tempel oder? Oder irgendwas anderes. Hier ein schwätziges. Ja, ich bin am Krepieren, das ist schon mal gut. Ich versuche es mich zu heilen, aber heile dich doch endlich. Mann, das war auch klar, ey. Mach mal hin, ey, Alter. Komm mal endlich nach oben. Oh. Die wurde ausgeschaltet. Ja, kommt davon. Ihr müsst auch zusammenbleiben. Naja. Nein, nur zwei Schüsse. Das bringt mir nichts. Hier lag doch nur Waffe, ja. 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 Ach, verdammt, normal, ey. Ich würde doch nur runtergucken, ey. Ah. Naulietergebuch. Nichts geschieht zufällig. Ach, wieder hoch. Och, meine Güte, ey. Ich mag die Gegend nicht. Okay, das scheint das abgestützte Raumschiff zu sein. Ah. Ja, ja, ist klar. So. Der hat aber gesessen. Okay, da unten liegt was. Ja, ja, kommt. Kommt. Ich mach euch fertig. Boah, dieses... Boah. Nimm's in die Fresse. Ja, krepier doch endlich, alter. Nein, ich wird umzingelt. Da lag noch ein Schruf. Nimm sie, nimm sie. Ja. Hey, ich brauch Hochhilfe, mein Kollege. Na, ich glaub, das sind unendliche Wellen, ey. Ich mach mich mal lieber auf den Weg. Okay, wir müssen Tequila wohl finden. Glaub ich. Ja, suchen wir nach Tequila. Und da vorne kurze Pause. Und es geht gleich weiter. Ja. Ja.